joho leute was geht und willkommen zu dem video ja ich möchte euch kurz bisschen so sagt mal erzählen oder sagen was ist jetzt für socialmedia plattform da genau hab und wie ihr mich da enden könnt also ich bin nutzer von twitter facebook instagram twitter und youtube das sind so meine solche media plattform die ich benutze mich würde freuen wenn ich auf jeden fall auf twitter und instagram abonnieren wurde youtube ist jetzt nicht ganz so wichtig weil alles was ist auf twitter poste und ich tue eigentlich nur auf twitter posten wird automatisch auch auf youtube auf facebook übertragen es geht nur für die die konflikte haben aber facebook sind alles was auf twitter macht auch facebook aber es tun nichts exklusiv in facebook schreiben weil mit twitter einfach viel viel lieber ist persönlich als facebook der dementsprechend twitter wäre auch ganz wichtig weil ich da eigentlich alles mögliche mache die stream ankündigen laufen über twitter umfragen über twitter also alles quasi wichtige über diesen kanal läuft über twitter dementsprechend ist wird da schon wichtig wenn ihr folgen würdet wenn ihr es habt instagram ist auch ganz schön da habe ich bis jetzt meistens eher so dressfotos hochgeladen aber auch da wird es jetzt in absehbarer zeit hochwertigere und bessere fotos kommen die auch etwas irgendwie hier mit zu tun haben also instagram ist auch der auch ganz cool wenn ihr mir folgen könnt ja dann habe ich gesagt noch facebook nutze ich persönlich jetzt sehr selten nur aber alles was auf twitter schreibt wird automatisch auf facebook gepostet zur seite wenn ihr mir auf facebook folgt auch mehr oder weniger auf neuesten stand wie was aber natürlich auch noch was vergessen kennt ihr so aus dem gewinnspiel ist er offiziell ist aus dem media plattform link ist das auch in der videobeschreibung natürlich auch schön wenn ihr mir folgen könntet und natürlich live stream tools auf mixer das ist kennen wir als wenigsten mixer es war zu einer artwitz die jetzt vorweiten guten jahr oder so in amerika in usa entstanden ist ich bis jetzt in usa wirklich fett verbreitet hier in deutschland gibt es nur sehr sehr wenige youtuber die mixer nutzen ich habe mir den schritt gewagt und benutze es allerdings tut da nicht alles live stream sondern nur ab und zu mal paar ausgewählte sachen als falls ihr mixer zufällig haben solltet könnt ihr mich da ja ansonsten klartwitz vollkommen wichtig hier auf dem kanal denn alles was ist auf youtube live stream stream ich auch tritts live also es ist ja eventuell live stream tools automatisch auch tritts live streamen zu denen ist das war auf der einen seite ein bisschen irgendwie überflüssig auf der anderen seite im zweifelsfall tools aus tritts mehr live stream als auf youtube und wird extra für live streams gemacht ist das heißt zum beispiel könnte ich jetzt sagen dass ich irgendwann mal ein stream projekt macht was ich nur live streamen und zwar nur auch tritts damit quasi auch die tritts zusauer an vorteile haben und man ist auf dem youtube sondern erst zwei tage später das video sehen kann oder so also dem entspressen keine ahnung wäre es auch sinnvoll mir auch kurz vor allem zu folgen also ich nenne das mal die vier plattformen wichtigsten dass ihr mir folgt als erstes ganz oben natürlich youtube als zweites folgt twits als drittes twitter viertes instagram naja an den versachen ganz cool wenn ihr gehabt wenn ihr mir folgen würdet falls ihr noch irgendwie andere social media sachen habt und mich fragen wollt ihr bis ihr habt oder mir vorstagen mich holen gerne damit in der videobeschreibung nur eine sache noch snap set habe es nicht auf der privat aber nicht hier für den kanal und werde ist auch nie von den kanalen machen weil es wird es ein bisschen unnötig aber an sie auch nicht das hätte die öffentlichkeit braucht ich habe auch nicht viel zu manch einer eine eigene whatsapp nummer spezifisch irgendwie für den kanal sowas wird auch nicht kommen weil wozu wenn ihr was von mir wollt schreibt müsst per discord privat pn discord ist zwar kein social media ist aber auch so eine sache wo man es auch gerne erden könnt kommt da einfach her und erdet mich auf discord dann könnt ihr im stream mitreden und über discord bin ich auch per privat pn erreichbar oder über twitter das sind so die beiden orte wo ihr mich per privat pn auch gerne anschreiben könnt andere sind nicht möglich ich denke mal jetzt ist alles gesagt was wichtig ist es hat wie gesagt gerne mal meine social media kanäle aus und alle jeweils in der videobeschreibung verlinkt ansonstigen bedanke ich mich für zuhören und aufmerksamkeit von dem video wobei eine sache muss noch loswerden darf uns nichts zu tun aber trotzdem wenn mich jetzt mehr dann auch gefragt haben es wird noch ein paar änderungen geben weil es aber der nächste noch mal sagen es wollte es nur gesendem ans pressen dieses kündchen hier war bis jetzt irgendwie nur so ein ja da hinten ist müll ist weiß krass das war bis jetzt nur so ein tuch das wird werde ich jetzt auch um dings in einer also das heißt umdingsen ich habe mir das bei amazon jetzt einen richtigen green screen bestellt mit sativ den werde ich mir holen ich werde mir auch einen camp kaufen die 1080p kann und eben den green screen kann das heißt ich werde in sehr sehr nahe zukunft hier green screen geben und der hintergrund sieht dann auch besser aus als dieses laken wasser jetzt hängt das ist sache eins und sache zwei ab jetzt ich probiere ab jetzt meine leistungslaufen in den 1080p mit 60 fps ist probiere ob ich das vielleicht doch hoch skalieren kann auf 1440 also auf die 2k stufe aber ich glaube das packt mein wlan nichts also da keine garantie ich probiere das bestmöglichste immer rauszuholen von meinen video qualitäten letzter zeit also deshalb so ist das in live streams vielleicht sogar noch besser qualität kann als 1080p mit 60 fps außerallem wird es in live streams mit 1080p und 60 fps erstmal bleiben dafür aber während meine video qualität besser sein der habe ich jetzt immer 1080p mit 60 fps und meine video qualität also wenn ich das nicht live stream sondern so videos hochlade wird wenn es konsolen jetzt play sind in 1440p sein also in 2k ungefähr und wenn es pc projekte sind wie sind beispiel reiben die halt die auflösung herrslauben werden sogar bis hin zu 4k sein das ist auch denke ich mal ganz schön und ja und habe es zumindest das grafis betrifft aber dann auch was soundtrack betrifft also grafis bin ich ganz ganz weit oben dabei muss ehrlich sagen und ja sound qualität und mikrofon klark auch noch arbeiten bin ich als richtig zufrieden wenn es in rode nta 1 habe werde ich mir aber gottes willen und jetzt schon erst auch so ein dreh von 1000 abonnenten wer wird auch noch ein paar andere sachen machen aber das dem event soweit ist so als ich wollte einfach nur kurz ein paar minuten irgendwas sagen bezüglich meinen social media krims krams und jetzt geht es einfach so wieder sieben minuten also es kann es drehen wie ein wasserfall es ist unglaublich also falls euch das video gefallen hat und das ist ja nur ein info video eigentlich so kann es gefallen falls ihr meine social media kanäle aushecken wollt und weil das ist noch mehr irgendwie mit zusauer interagieren was es ist und tut dann lasst mal einen fetten like da macht's gut leute bis zum nächsten mal und ciao